Vom Fühlbaren zu dir hin Lieber Krishna, die Jahre vergehen in der Beziehung mit dir und im Spiegel deiner Lieblichkeit erkenne ich auch mich wieder, eben da, wo ich bin. Ich weile gerne bei deinem Namen. Der Gedanke an dich erfüllt das Herz mit einer zärtlichen Freude und Rührung. Die Seele ist wie verliebt im ersten Taumel der Liebe und wirklich hat ihr Zustand mit jener ersten Liebe das gemeinsam, dass sie viel mehr sich in dem von ihr geliebten Wesen genießt als dieses Wesen selbst. Und es um seiner Selbstwillen liebt und sucht. Eben hier, wo ich nun einmal bin. Aber Stufen lassen sich auch in der Entwicklung meiner Beziehung zu dir nicht überspringen. Aber bitte verstehe mich, mein Herz muss nun am Anfang von dieser geradezu trunken machenden Seligkeit zu dir erfüllt und überströmt werden, denn zu sehr hänge ich an mir selber und an allem, was mir von der Welt schmeichelt, dass es nur so von dort weg zu dir hin gelockt werden kann. Hat es bislang am irdischen sein fast ausschließliches Gefallen gefunden und sich daran berauscht, so erfährt es jetzt, dass es ganz konkret transzendentale Lieblichkeit gibt, die mich die Erfahrungswelt von meinem bisher Bekannten tatsächlich vergessen lassen. Mit einem liebenswürdigen Lächeln magst du auf diesen ersten Eifer einer noch sehr unerleuchteten und süchtigen Liebe herabschauen. Du siehst nun aber in meinem Inneren doch eine Bereitschaft schlummern. Du kannst mich weiterführen, indem du mir langsam jenes fühlbare Glück, jene gefühlsmäßige Seligkeit wieder entziehst. Ich bin noch immer vorwiegend bei dir wegen der mich selber beglückenden Gabe. Nur schon durch das selbstisch motivierte Zusammensein mit dir übt das, was ich für dich aufgegeben habe, in dieser vergänglichen Welt nicht mehr die vorherige Anziehungskraft und Faszination auf mich aus. So wird meine Chapa das leise Schreien nach dir nicht mehr so beglückend und berauschend, es wird mir sogar mühsam und trocken erscheinen. Manchmal beginne ich nun zu denken, dass diese Gefühlslosigkeit eine Strafe ist von dir, da ich doch immer wieder gierig am irdischen genascht habe. Dann jedoch erkenne ich wieder, dass ich auch in der Treue zu dir das Entwöhnen vom Gefühlhaften brauche. Du schenkst es mir, denn es ist das wirkliche Abtrennen von dieser Welt. Oft kehrt dieses scheinbare Glück aber rasch wieder zurück. Und mir scheint es, als ob du Sorge hättest, diese noch so schwache Seele möge dir wieder entgleiten. Weil ihr, deine neue Arzt der Führung, zu hart sei. Doch dann werden die Zeiten der Dürre länger. Sie können sich auf Wochen, Monate oder sogar noch länger erstrecken. Ich kann es aber ertragen, aufgrund deiner so wunderbar klugen und vorsichtigen Erziehung und der Hoffnung nach deinem Darschan. Bisweilen zeigt sich die freudige Glückseligkeit in mir wieder. Aber sie hat schon ihren Charakter verändert. Ich möchte nun lernen, nicht mehr nach rein fühlbarem für mich zu fragen und gar darum zu bitten, sondern ich wünsche, dass meine Rati, heilige Zuneigung zu dir, nicht einfach eine verhüllte Form der Liebe zu mir selbst ist. Krishnadas Kaviraj Goswami schreibt im Chaitanya Charitamrita Welche Vorliebe auch immer die Gopis von Vrindavan für ihre Körper zeigten, seid versichert, dass sie es nur für Sri Krishna tun. Diese selbstlose Liebe zu Gott, die von den Gopis gezeigt wird, findet nicht ihresgleichen. Die Gopis kleiden sich so schön wie nur möglich, nur um Krishna durch ihren Anblick glücklich zu machen. Sie hegten keine anderweitigen Wünsche. Sie weiten ihre Körper und alles, was sie besaßen, dem Dienst Sri Krishnas. Denn es war für sie selbstverständlich, dass ihre gesamte Existenz für seine Freude bestimmt war. Aus der Erläuterung von Srila Prabhupada Irgendwann einmal will ich wirklich danach fragen, was dir gefällt. Und selbst wenn du mich dann in meiner Wüste, im Sadhana, belassen möchtest, So möchte ich es einmal hinnehmen lernen, dir dafür danken und vielleicht sogar einmal dich darum bitten, mir nicht mehr mentale Tröstungen zu schenken, sondern dich selbst statt der früher so geschätzten Gaben und Früchte. Lange Zeit wollte ich nur haben und nichts geben, hielt meinen Blick stark gerichtet auf deine Geschenke. Ich habe nie aufgeschaut zu deinem unsäglich liebenswürdigen Anlitz, das sich mir anbot. Du hast nur einmal die Hand zurückgezogen, damit ich aufschaue. Vielleicht war ich ein wenig erstaunt zuerst, fast erschrocken, dass die Hand mit der Gabe nicht mehr da ist, dann aber tief beglückt, weil ich etwas so unbeschreiblich viel Schöneres und Gütigeres sehen darf. Nun schaue ich nicht wieder auf die Hand zurück, auch wenn diese wieder gibt. Oh allmächtiger Herr, ich trachte weder nach Reichtum noch begehre ich das Schöne in der Welt, noch ersehne ich eine große Anzahl von Anhängern, die mir das Gefühl der Anerkennung schenken als Bestätigung für mein Ego. Ich wünsche mir nichts anderes, als dir grundlos und voller Hingabe Geburt für Geburt dienen zu dürfen.